moin leute was geht hier ist der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie die herausforderung lösen könnt in der ihr 16 sekunden nach der landung bei retail wo zwei autos zerstört landet am besten so wie ich hier vor den shops da habt ihr zwei autos direkt nebeneinander oder beziehungsweise mehrere autos nebeneinander und schon habt ihr die herausforderung gelöst leute wie ihr seht ich bin gelandet zwei autos ganz schnell zerstört und ja fertig ist die mission ich mag euch den ort nochmal genau auf der karte wo es meiner meinung nach am schnellsten geht und ja das war's auch heute ich hoffe euch hat das video gefallen ich hoffe ich konnte euch helfen falls ja lasst ein like da schreibt mir die kommentare und ansonsten sehen wir uns im nächsten video ciao